so löchle ausgeschnitten für die lampe und ich habe den schalter gefunden und ihr glaubt nicht wo dieser scheiß schalter ist also da muss man auch erst mal drauf kommen dass da ein schalter für ein licht ist jetzt meine schlafzimmer an was soll ich wollte ich mal überhaupt ich bin hier noch fleißig am rumbasteln so ich wollte mal zeigen wie hell das jetzt hier drin geworden ist jetzt ohne mal nur die seitenlampen an zu machen das ist jetzt nur die beleuchtung die ich getauscht habe gut die lampe sind mit an aber die macht nicht so viel licht wie jetzt die hier wo an sind jetzt machen wir mal die seitenbeleuchtung mit an dann werdet ihr gleich feststellen das wird hier ganz schön hell wenn ich dann noch die die fahrer oder ja bettbeleuchtung wie man es auch nehmen will also eigentlich ist ja für die für die fahrt die beleuchtung für fahrer und beifahrer wo ich glaube jetzt meinen ausgeschalten hat machen wir die auch an hier ich hab sie angelassen ja also das ist jetzt würde ich sagen tag hell beleuchtet hier drin also ich kann mich nicht mehr beschweren dass es irgendwie zu dunkel wäre jetzt hier noch ich hab's da nicht so drauf mit den schaltern hier jetzt hier noch das bad anmacht wie ihr seht da steht der tucker hier steht gerade das katzenklo da habe ich auch schon ja die klammern dürft ihr nicht angucken da muss ich noch mal neu ran die sind eh viel zu kurz die heben nicht da habe ich jetzt schon vorbereitet innen muss ich jetzt noch die stufe rein machen das zeige ich euch gleich von innen noch so jetzt zu dem schalter jetzt habe ich ja da unten einen haufen schalter habe ja gedacht da ist es hier an der uhr da ist der schalter für die treppe da muss auch erst mal drauf kommen ja ich habe mir gedacht es kann doch nicht sein die leitung geht nach hinten ist sauber verlegt natürlich den weg hier hoch habe ich nicht gefunden das war wahrscheinlich irgendwie unter dem ganzen gekruschelter verputzt wahrscheinlich da unter der leiste und dann hinten unter dem filz drunter keine ahnung wie sie da hoch oder sind sie da da hinten hoch weil hier ist nämlich auch noch eine leiste dass sie hier hoch sind und darüber und dann da in der ecke runter und dann in das holz rein also irgendwie ist auf jeden fall ziemlich versteckt so also beleuchtung durch teppich provisorium durch loch für katzenklappe drin katzenklappe fehlt noch ich habe jetzt einfach mal die maße von unserer bestehenden katzenklappe und ich hoffe mal dass es passt weil sonst bei sich mir ein arsch lichtgarage habe ich auch schon provisorisch zeige ich euch auch gleich entschuldigung für die kameraführung aber ich muss halt hier mit beiden griffen gleichzeitig drücken und zwar war ja hier die alte lampe und da ich jetzt hier nachher eben bewegungsschalter reinmachen will ich dachte die position für den bewegungsschalter ich muss die garage zum zumachen oder ne der biegt ab ja da ich gedacht habe hier ist eine richtig gute position für den bewegungsschalter weil erstens wenn man hier die türe aufmacht zweitens ist der ganze raum hierzu ist abgedeckt das heißt wenn die katzen da nachher reinlaufen ist auch wenn man hier aufmacht ist hier auch abgedeckt ja vielleicht mal aber auch noch eine kleine schaltung für die katzen mit den bewegungsschalter muss immer mal gucken ja hier bin ich jetzt gerade am aufmaß machen für die stufe die die eventuell noch basteln will da liegt auch noch der staubsauger drin weil ich vor allem die ganzen sägespäne aufgesaugt habe so da liegt schon die zeichnung wo ich die maße genommen habe wo ich noch gucke wie ich das am besten mache am blödesten und zwar kommen hier die katzen raus ich habe jetzt vor diesen alu winkel mache ich weg mache hier eine plätte bis komplett rüber dann ist das sozusagen hier der eingang ja und das mache ich dann natürlich auch bis hier vorne hin das heißt ich kann hier schön eine alugitter hin machen dann ist das auch geschützt hier ja dann habe dann hier noch den den rest vom fach wo ich was reinlegen kann gut es geht natürlich ein bisschen platz geht verloren aber was tut man alles für sein viechzeug ne so die kommen dann hier runter hier kommen dann die katzen klo sind die zwei stück hier sind nachher die neuen bordbatterien hier kommt eine wand eine alu wand hoch hier kommt eine kleine türe raus ja also wo man hier aufmachen kann und dann kommt sozusagen genau pep zur türe kommt die waschmaschine hin dass das kleider von draußen genau in unterhalb von armhöhe also schulterhöhe kann sie ganz bequem die die luke aufmachen und hat genau augenhöhe die waschmaschine für sich und kann das zeug rein und raus nehmen oder ich dementsprechend ja ich war ja auch mit der waschmaschine so hier seht ihr da da habe ich jetzt den led streifen hingemacht ich bin noch nicht ganz schlüssig eigentlich ist schon ziemlich hell hier drin ich habe jetzt hier aufgehört ich habe noch ob ich noch voll vor gehe und einmal noch in die mitte mit reingehe ich muss ja mal gucken wenn nachher hier zeug drin steht kann natürlich auch sein dass ein bisschen von von den dingen abgedeckt ist oder ja das hat zum beispiel so irgendwie hier was steht und dann natürlich der lichtschein nur hier rüber geht wäre vielleicht in der mitte gar nicht schlecht und die strings brauchen ja so viel so viel was nicht so die strings für drinnen sind auch schon angekommen da habe ich jetzt gerade versucht mit mit einer wasser also mit der filter leitungs geschichte habe ich versucht die die leitung durchzuziehen die leitung durchzuziehen aber das kann ich vergessen ich brauche so ein kabel ziehe holen dann habe ich versucht habe ich hier unten irgendwie zum spülbecken durch komme aber das war auch ein satz mit x ich muss mal nachher drüben von der wasserverteilung gucken ob ich hier irgendwie rüber schieben kann ich glaube da komme ich leichter durch weil hier ist ja der wassertank und da muss ich oben drüber vermute ich jetzt mal ich habe keine ahnung wie sie genau das eingebaut haben aber ich vermute mal wenn ich das so sehe der steht hier bis hier unten auf der auf dem unterboden und dann muss ich hier oben drüber weil ich muss hier hin an das rohr und zwar hat er bei dieser filteranlagen bei der membrananlage immer so ein adapter dabei den die unten ums rohr marsch für die rückspülleitung da das hier meine fülleitung für den tank ist habe ich mir überlegt das ist der einfachste weg um die rückspülwasser weil wie gesagt für händewaschen duschen und sonstiges reicht es vollkommen weil es geht ja immerhin schon durch drei patronen durch ja klar die membranen lässt halt den ganzen restdreck wieder zurück aber den hatte ich im tank und das ist wie gesagt schon vorgefiltert das wasser das lasse ich dann hier wieder rein laufen in den tank sozusagen verliere ich diese spülwasser nicht weil das wäre quatsch wenn ich das jetzt alles dann in den abfluss pumpen würde mein brauchwassertank also meinen abwassertank mit damit voll machen also erstens die belastung meines abwassers tank und zweitens mein wasser zu verbrauchen wäre blödsinn deswegen muss ich gucken dass ich hier irgendwie zurückkommen ja aber das muss irgendwie gehen irgendwie kriege ich das hin notfalls muss es echt oben entlang führen und unterhalb vom bett irgendwie einführen also ich kriege das schon irgendwie hin ist es ja nicht das ist ja so ein dünner weißer schlauch ich zeige es euch gleich noch mal wenn wir reingehen da wackelt es jetzt wieder ich muss jetzt natürlich wieder aus der garage raus klettern also den lassen wir da den brauche ich hier noch gleich ja wie gesagt ich habe hier oben versucht durchzuziehen mit dem schlauch weil der doch relativ stabil ist aber er ist halt stark gebogen ein stück weit bin ich zwar vorgekommen also hier aber hier endet es jetzt also hier in der hier in der höhe bin ich jetzt und da endet es jetzt also das ist der schlauch an den muss ich jetzt irgendwie von hier unten hier nach hinten durch kriegen und eigentlich ich habe euch ja da zeigt der schacht ist geht ja da unten durch ich werde jetzt mal versuchen entweder von hier rüber zu schieben oder hier unterhalb von dem von der heizung schacht weil da ist ja auch die heizungsleitung die nach hinten geht ja weil das ist ja nur das stück hier das stück muss ich durch kriegen irgendwie muss ich das hier durch kriegen notfalls muss ich halt wirklich hier unterhalb der heizung durchlaufen dann unter dem klo durch schieben und dann löchle durchbohren so wie es jetzt hier gemacht habe und dann nach hinten durchführen ja ich muss halt irgendwie von hier unten weil hier ich habe jetzt mir noch mal einen kopf gemacht ist ja schön und gut dass ich hier hinten den platz habe der eigentlich tot ist also hier ist ja eigentlich im prinzip jede menge platz unter dem mülleimer aber wenn denn die filter wieder alle halbjahr wechseln muss klar ist es nur alle halbjahr aber das gefriermel da unten rein das tue ich mir nicht an ich mache mir hier eine schiene rein ach da steht meine taschen habe die habe ich gerade verzweifelt gesucht dann ist sie die ganze nacht laufen gute batterie machen wir eine schiene rein wo ich dann sozusagen komplett raus ziehen kann wo halt vorne leer läuft dass ich die töpfe benutzen kann das heißt gut man muss halt die töpfe rausräumen und dann nimmt man die filteranlage raus kann sie bequem über die schiene rausziehen und dann kann ich die filter wechseln schiebe es wieder rein und fertig ist die soße ja ich habe die taschen aber extra da rein gestellt um zu gucken wie ich dadurch kommt zur spüle ist auch nicht so einfach aber es geht ich habe es gesehen das geht hinten hinten geht eine ecke rein wo ich dran rumkomme die lampe ausmachen die die ganze nacht lief so was sollte man halt nicht vergessen ich habe die freund verzweifelt gesucht weil da war ich draußen an dem wasseranschluss um zu gucken ob ich von draußen schieben kann da hätte ich aber eine lampe gebraucht um was zu sehen das ist jetzt momentan stand der dinge sieht natürlich aus aber sie sind halt lauter so klein arbeiten die dich tierisch aufhalten wie gesagt beleuchtung weiß habe ich hier noch mal eins so und jetzt sind die rgb weiß streifen gekommen ich hoffe jedenfalls das ist rgb weiß ja ist wasser wasser dicht also ich nehme immer gern die wasserdichten weil die kannst du gut abputzen und da bildet sich kein staub zwischen den leds klar durch die isolierung können die nicht so schnell auskühlen bla und tralala hat alles seine vornachteile gebe ich ja auch von ehrlich zu da habe ich jetzt zehn meter davon das heißt die ziehe ich jetzt einmal hier oben durch hinten komplett durch und einmal muss ich wieder mit euch raus gucken dass ich nicht den falschen schalter jetzt muss ich auch mal umdrehen weil der schalter ist verkehrt rum da geht der innere schalter geht das licht außen an und der außere schalter also der schalter zu hierzu macht das innere licht dann eigentlich unlogisch normalerweise gehe ich davon aus dass der schalter das außen licht und der schalter das innen licht end macht aber das ist gerade andersrum hier mache ich das außen licht an ja und da nehme ich dann den strom ab und mache ich unten komplett über die über die komplette markise ein streifen hin und da mache ich auch ein rgb hin aus dem ganz einfachen grund wenn der abends draußen sitzt zumal ist kleiner tipp und ihr macht ein weißes licht an dann seid ihr umrahmt von mucken motten und sonstiges macht ihr aber ein grünes oder ein blaues licht an dann habt ihr ruhe weil dieses farbspektrum können die blicken die viecher nicht ja das heißt die kommen dann erst gar nicht an so der nächste schritt den ich jetzt mache ist mal gucken ist das metallisch oder nicht metallisch das alu sonst hätte ich euch jetzt da drauf geklemmt ist hier diese aluleiste zu entfernen weil wie gesagt ich mache jetzt hier oben ein brett und mache das hier eben zu bis hier vorne hin ich warte eigentlich auf die leider die wollte mir eigentlich das brett bringen aber ich glaube die hat mich da nicht richtig verstanden ja gut sie ist jetzt auch gerade fleißig dabei das sofa abzusaugen dann nehmen wir das auseinander dass wir dahinter sorgen können weil wir müssen ja alles aufräumen die katzenhaare verteilen sich ja gerne und dann müssen wir nachher noch bilder vom aquarium machen und vom katzenbärm und dann das sofa wieder zusammenbauen und dann vom sofa noch bilder machen oder was sagt ich mache dann noch ein kleines video für euch dass ich euch das vorstelle weil ich habe ja euch versprochen ihr habt vorkaufsrecht und kriegt auch einen günstigeren preis als das was ich bei ebay kleinanzeigen oder sonstwas nachher dann rein stellen dafür dass er so treu zu mir gehalten habt so in dem sinn natürlich ps für jedes mehr als ihr als als ich eigentlich verlangen bin ich natürlich eifro wie gesagt wir müssen hier noch ein heidengeld reinstecken für die ganzen umbauten und ich will auch unbedingt das klo was drin ist also dieses tat vor klo mit zwei kassetten ist keine dauerlösung ja bei mir macht es nichts aus ich lerne es auch ich denke leider wird es wahrscheinlich auch nichts ausmachen aber es ist halt umständlich also entweder mal ein richtiges wasserspiel klo rein aber dann ist natürlich die geschichte wasser ist knapp ja ich bin eh noch am überlegen ob ich hier irgendwie noch einen kleinen wassertank zusätzlich zu dem wassertank der hier drin ist verbau dass man mehr frischwasser haben weil das ist gar bloß ein 160 oder 190 liter ich bin mir mal ganz sicher ich muss das mal messen wenn ich den füß nächste mal hoffentlich kommt er vorbei ja hier sind die autofahrer nicht so ganz toll drauf und ich habe die türe also daher daher ist das aber geld drauf zukommt oder das andere was ich halt noch überlegt habe ist ein trocken trennen klo aber mit einem richtigen urin tank also nicht mit so einem kleinen eimer oder behälter unten drin sondern da wo jetzt die zwei tedford kassetten drin sind das ist ja ein relativ sehr großer raum ja dass man da einen urin tank rein macht mit dem ablass zum grauwasser ablass stelle dass das zusammengeführt wird dass unten ein ablass ist für die zwei geschichten und dann kann man mit dem hahn auf und zu machen das wäre mir eigentlich fast am liebsten also trocken trennen mit separaten urin tank und dann mit einer schönen beuge drin so wie es auch in der spüle überall drin habe schön warm kommt hier ich habe die heizung wieder gemacht weil es doch frisch hier draußen gerade und über nacht lasse ich die jetzt immer laufen weil wir hier wieder minusgrade haben dass man hier nichts einfriert der tank mit wasser voll ist jetzt werde ich mal bestimmt noch die schiene da oben weg machen wenn dann bis dahin die leile mit dem brett nicht gekommen ist werde ich schon rüber gehen wir das brett holen oder besser gesagt gleich die aufmaße nehmen und das vielleicht dann sogar gleich im keller sägen dann brauche ich das jetzt hier nicht mehr sägen weil es auch schon wieder ein bisschen später geworden und ich stehe halt jetzt nicht gerade in meiner straße sondern in einer parallelstraße und ich will die leute hier auch nicht zu sehr nerven ich habe jetzt schon ein paar mal einen gasgenerator über ein paar stunden angehabt weil ich halt gerade 220 volt gebraucht habe und auch die batterien mal wieder laden musste so aber ich hatte eigentlich schon tschüss gesagt in dem sinn schön ist das leben wenn man auch hier am schuften ist aber ich weiß ja wofür und ich freue mich schon riesig drauf hier endlich wohnung sagen sagen zu können hier tschüss bei wiedersehen und ich bin auch schon gerade am überlegen dass man schon im vorfeld hier vielleicht schon einziehen aber andersrums bringt ja auch nichts weil wenn ich jetzt das fahrzeug dann fünf tage irgendwann auf dem hoch stehen muss dann muss ich wieder zurückziehen also daher warte ich jetzt erstmal bis hier die elektrik fertig ist und wenn es ganz dumm läuft ist das erst ende april ein termin möglich jetzt muss ich mal gucken vielleicht kann man da noch irgendwie was drehen ja schauen wir mal also das halt so schnell wie möglich das hier fertig wird und das wie gesagt der umbau kostet uns ein alten geld was wir eigentlich gar nicht so so viel übrig haben wie das jetzt kostet aber wir kratzen das halt schon irgendwie zusammen und dann müssen wir mal gucken dass man über möbelverkauf computer verkauf fernseh stereo anlage und den ganzen gruschen wir haben noch genügend geld reinkriegen um den umbau mit der tetford den umbau mit den wassertanks und dann vielleicht noch so eine kleinigkeit wie mobile solarflächen dass wenn man irgendwo steht noch zusätzlich zu solarflächen an den solarregler anschließt und den mache ich einen habe ich jetzt schon gesagt der wird so dimensioniert dass man zusätzlich noch solarflächen anschließen kann mit dem außenanschluss und dann gut ist und dann könnte man vielleicht die batterie noch richtig volltanken und brauchen den gasgenerator erst gar nicht anschalten was mir sehr zurecht käme so aber mein spruch habe ich gesagt in dem sinn wünsche ich euch was bis zum nächsten baba mal sehen vielleicht machen wir den nächsten mal ein kochen mit katzen im wohnmobil dann machen wir einen film oder gehe sogar live mit euch schauen wir mal ihr könnt ja mal schreiben wir so lieber habt im film oder live bis dann bei